Einen Nautilus lassen wir am Leben, bleibt immer noch einer übrig, um die Geschichte zu erzählen. Wer es kennt? Oh, Jesus Maria. Hey, du. Sei vorsichtig, wenn du hier herumläufst. Das Gebiet ist noch nicht gesichert. Ich passe schon auf. Du bist ein ganz harter Kerl, was? Gut. Ja, skieren wir doch mal einen Blick. Ich würde noch mal ganz kurz speichern. Kann natürlich sein, dass wir gleich umgehauen werden. Ich passe schon auf.